Bevor wir uns die Frage stellen, wie KI-Werkzeuge im Schreibprozess sinnvoll eingesetzt werden können, sollten wir uns zunächst mal fragen, warum wir überhaupt noch wissenschaftlich schreiben müssen, wenn doch eigentlich die KI alles für uns übernehmen könnte. Schreiben ist zentral für die Wissenschaft. Durch Texte kommunizieren Forschende die Ergebnisse ihrer Arbeit. Sie unterhalten sich also quasi in Form von Texten miteinander. Der Kern von wissenschaftlichem Schreiben lässt sich deswegen ganz gut auf die Formel they say, I say reduzieren. Ich stelle dar, was andere zu meinem Thema bereits gesagt haben. Ich setze mich damit auseinander und positioniere mich dann mit meiner Forschung selber dazu. Schreiben ist elementarer Teil des Forschens. Es hilft bei der Schärfung von Gedanken und es hilft dabei, Zusammenhänge aufzudecken. KI-Tools können in diesem Prozess unterstützen. Sie können aber weder das Lesen noch das Schreiben wissenschaftlicher Texte ersetzen. Und wenn man sich dann noch speziell das Schreiben im Studium anschaut, dann wissen wir aus der Forschung, dass Schreiben ein Lerninstrument ist. Das Schreiben also dabei hilft, fachliche Inhalte zu verstehen, zu durchdringen und in seinem Fach anzukommen, die Konventionen des Faches zu erlernen. KI-Tools entbinden uns also nicht vom Erwerb von Schreibkompetenz, der leider oft sehr mühselig ist. Sie können uns aber, wenn sie richtig und verantwortungsbewusst eingesetzt sind, dabei unterstützen. Und nur dann, wenn ich schon ein gewisses Maß an fachlicher Schreibkompetenz entwickelt habe, kann ich KI-generierte Texte beurteilen, einordnen und weiterverarbeiten.